Hallo und herzlich willkommen zurück bei Unpopular People. Wir sind davon überzeugt, dass auch unbekannte Menschen eine super interessante Lebensgeschichte zu erzählen haben. In dieser Podcast-Episode erwartet euch ein inspirierendes Interview mit Zabe. Zabe ist auf Muay Thai spezialisiert. Das ist eine Kampfsportart aus Thailand. Er lebt aber selbst in der Schweiz und hat dort auch ein eigenes Studio. Zabe ist einer der motiviertesten und engagiertesten Leute, die wir kennen. Er hat sehr viel Disziplin und ein super Mindset, von dem ihr viel lernen könnt. In diesem Interview beschreibt er unter anderem, wie er sein Jahr strukturiert, um seinen Zielen immer näher zu kommen. Zabe ist die Kurzform für Saverio. Im Interview nennen wir ihn jedoch mit seinem Zweitnamen Ben sowie Mein. Im Freundeskreis wird er jedoch Zabe genannt. Alle Infos zu Zabe und die Shownotes zu dieser Sendung findet ihr auf unserer Website www.unpopularpeople.com. Dort könnt ihr uns auch eine kleine Spende hinterlassen unter dem Button Donate. Oder auch eine Nachricht, wenn ihr mit ihm in Kontakt treten wollt, für seine Services und natürlich auch für die Services aus den vorherigen Sendungen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast teilt oder natürlich abonniert auf den Plattformen, wo auch immer ihr ihn hört. Und nun zum Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Ben, herzlich willkommen bei Unpopular People zu unserem Podcast. Schön, dass du Zeit hast heute für das Interview mit uns. Zuerst einmal, wer bist du denn eigentlich, wo bist du geboren und aufgewachsen? Hi zusammen, ich bin aus der Schweiz, mit Kürz. Und jetzt gehe ich dann gerade mal auf Hochdeutsch wachsen. Es fliegt nicht mehr so schön, aber ihr müsst damit klarkommen. Also, ich bin in der Schweiz groß geworden. Mein Vater ist ein kleiner Sizilianer. Meine Mutter halb Deutsch, halb Schweizerin. Und ja, ich habe so ein bisschen was über mich. Ich fasziniere mich ziemlich stark für Sport, Gesundheit. Und genau dadurch geht es jetzt auf der beruflichen Ebene. Ja, momentan gebe ich alles dafür, dass ich mich in dieser Kategorie weiterentwickeln kann. Und du hast eben schon kurz deine Eltern erwähnt. Kam der Ansporn in diese Richtung, dich zu entwickeln, kam das vom Elternhaus? Oder was meinst du, woher das für dich so entstanden ist? Nee, das kam auf keinen Fall von meinem Elternhaus. Also, nur noch ganz kurz. Es fällt mir so schwer, Hochdeutsch zu sprechen, weil ich genau weiß, wie beschissen die Schweizer im TV klingen, wenn die Hochdeutsch sprechen. Und ich weiß, dass ich genauso schlimm klinge. Aber jetzt mal, nee. Also, wir finden das überhaupt nicht schlimm. Also, wir finden, das ist vollkommen im Rahmen. Und wir hatten schon Leute im Interview, die bei weitem nicht so gut Hochdeutsch sprechen konnten wie du. Das macht es einfach sympathisch und natürlich. Alles gut. Genau. So, meine Eltern, die waren nicht unbedingt Auslöser für meinen beruflichen Werdegang im Sport. Es war eher so, dass mein Vater sich nie was vorstellen konnte darunter. Also, der war eher erschrocken, als er mitbekam, wie ich meinen Beruf wechseln will. Weil ich habe ja dazu mal als CNC-gesteuerter Mechaniker gelernt. Also, in der Schweiz nennt man das Polymech. Ich weiß nicht genau, wie ihr das in Deutschland nennt. Das war ein ziemlich guter Beruf hier. Man verdient gut. Man hat gute Möglichkeiten, zum Ingenieur zu wechseln. Aber hey, das war überhaupt nichts, wo mein Herz dabei war. Und deshalb war ich auch überhaupt nicht zufrieden da drin. Ja, meine Eltern wissen jetzt, was ich tue, wie ich das mache und akzeptieren das auch. Sie unterstützen mich sogar. Aber am Anfang war es nicht immer einfach. Obwohl, meine Mutter, die war immer da. Und dann erzähl uns doch vielleicht noch ein bisschen von deiner Kindheit. Hast du Geschwister? Wie bist du so aufgewachsen? So ein bisschen Background nochmal vielleicht. Ja, ich habe einen kleinen Puda, Dario. Und er ist nur ein Jahr jünger. Also, die ganze Kindheit durch hatten wir sehr viele Erinnerungen, die wir halt teilten. Weil wir so nah zusammen aufgewachsen sind. Ja, genau. Und du hast schon gesagt, beruflich machst du jetzt Sport. Vielleicht kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, was das genau für dich bedeutet, wenn man sich für den Beruf des Sportes oder der Beruf als Sport bezeichnet. Was bedeutet das für dich? Also, für mich ist es, ich arbeite momentan als Muay Thai-Coach. Und ich habe so ein kleines Unternehmen mit zwei weiteren Freunden. Und wir handeln das so zu dritt. Läuft mega cool. Wir haben halt alle so eine große Passion für den Kampfsport. Und wir leben das voll. Wir lernen überall. Also, die meisten von uns sind schon überall auf der Welt gewesen und haben den Kampfsport ausgeübt. Dazu kommt noch, dass ich Haltungscoaching mache. Das heißt, das Training eigentlich zur Verbesserung der Biomechanik den Leuten beibringen will. Das heißt, dass eigentlich Menschen zu mir kommen, die Schmerzprobleme haben, Haltungsprobleme oder Bewegungsprobleme. Und innerhalb von 12 bis 16 Wochen kann man da schon einen guten Trainingsplan zusammenstellen, um den Leuten wirklich nachhaltig zu helfen. Das heißt es für mich, da im Sport- und Gesundheitsbereich zu sein. Und wie kam es dazu? Warum hast du dich ausgerechnet für diese Richtung entschieden und bist vielleicht nicht Leichtathlet oder Basketballer oder sonst etwas geworden? Warum ausgerechnet der Kampfsport und warum diese Weiterentwicklung? Also, im Basketball war ich eh immer scheiße. Und Kampfsport hat mich irgendwie immer schon fasziniert. Also, als kleines Kind schon. Ich habe allerdings sehr spät damit angefangen, weil bei uns im Ort, also wir leben da in so einem kleinen Café, da hat es mehr Kühe als Einwohner. Und da gab es halt nirgends irgendwie eine Möglichkeit, um Kampfsport zu machen. Ja, später mit 17 habe ich erst angefangen. Da hatte ich einen Roller und da habe ich realisiert, so hey, Ben, weißt du, jetzt bist du dafür verantwortlich. Also, nimm es in die Hand und start die Scheiße mal. Ja, so hat es angefangen. Dann bin ich in andere Länder, habe in Thailand trainiert, Australien, wo ich die Freude hatte, den verrückten Musiker Ben kennenzulernen. Ja, so kam die Schiene ein bisschen. Und auf der Australien-Reise hatte ich auch eine Mission und das war, ich war immer daran interessiert, für was haben wir uns, wir Menschen uns entwickelt und wie verändern wir wirklich nachhaltig unsere Haltung. Weil ich wusste, dass ich selbst Probleme damit hatte, durch den Kampfsport damals schon, so ein bisschen eine Kyphose in der Brustwirbelsäule und solche Sachen. Und ja, da gab es verschiedene Mentoren, die ich verfolgt habe und mich am Schluss für den einen entschieden hatte, durch einen guten Input von Egon, das ist ein anderer Typ, den Ben und ich kennengelernt hatten in Australien. Wir waren da crazy, wir haben trainiert, wir hatten immer geiles Essen und ja, mega coole Erfahrung. Genau, das ist so ein bisschen der Weg. Und du hast jetzt auch schon gesagt, bevor du nach Australien reingekommen bist, warst du in Thailand. Da warst du ja auch noch recht jung. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen die Erfahrung erzählen, die du da hattest, was du da genau gemacht hast? Ich glaube, das ist für andere Leute unvorstellbar mit so jungen Jahren. Vielleicht kannst du dein Alter mal noch dazu sagen, wie alt du dort warst, mit so jungen Jahren dorthin zu gehen und einen Kampf zu machen. Hattest du da ein Team mit dabei oder hast du das ganz alleine gemacht? Wie war das so? Wie hast du dich da gefühlt? Ja, also ganz kurz, um den Kontext aufzubauen. Hier in der Schweiz hatte ich meinen Trainer, meinen Coach gefragt, hey, weißt du, ich will richtig, richtig in was reinkommen. Ich will viel besser werden. Und ich wusste, ich habe spät angefangen, verdammt. Und er sagte mir da, hey, da gibt es nur eins, geh nach Thailand und trainiere da in einem Muay Thai Camp. Ja, und ich, weißt du, ich ging auf die erste Reise mit etwa so 20 oder 21. Und ich wusste, dass ich bei dem Job, den ich gelernt hatte, einfach überhaupt keine Leidenschaft dafür verspürte. Es war nicht so, dass der einfach scheiße war, weißt du, ich habe vieles gelernt und vieles mitgenommen, auch für die Kreativität und so. Allerdings wusste ich, es ist nicht mein Ding. Also habe ich alles auf die Karte gesetzt, Erfahrungen zusammen, wo ich das Gefühl hatte, hey, das wollte ich immer schon machen. Und ich habe mich total ins kalte Wasser geworfen. Also ich konnte kein Englisch. Ich konnte es wirklich nicht. Als ich das erste Mal in einem Hostel ankam, wusste ich nicht, wie ich sage, hey, ich möchte ein Zimmer buchen. Weißt du, es ist schon krass, den Rückblick zu haben und zu sehen, wie sich das verändert hat. Und ja, für mich war es einfach unglaublich wichtig, dass ich etwas finde, das mir gefällt. Und deshalb war es ein Weg, einmal nach Thailand zu gehen, dieses Camp durchzuziehen und dann den Kampf zu machen. Ich ging da alleine hin, ich hatte kein Team dabei, aber weißt du, da die Leute lernen zu kennen, es ist wie eine große Familie. Also da kann man, ich glaube nicht, dass man da viel falsch machen kann. Wir Menschen adaptieren so schnell, wenn es sein muss. Oh je. Und wie war das für dich, hattest du irgendwelche Vorbilder, also dass du gesagt hast, so hey, ich gehe jetzt einfach mal los. Klar, dein Lehrer, wie du gerade gesagt hast, der hatte Einfluss auf dich, dass du so gesagt hast, du willst das Kämpfen richtig lernen. Aber trotzdem, wo hast du diesen inneren Antrieb hergenommen? Hast du irgendwie ein Buch gelesen oder einen Film geschaut, das dir nochmal so den letzten Kick gegeben hat, dass du gesagt hast, so ich will jetzt wirklich meine Leidenschaft finden, mein Ding durchziehen und diesen Weg gehen oder war das einfach von dir schon in dir drin? Ich glaube, ein wichtiger Anstoß dafür war meine Großmutter, weil sie hat immer vom Reisen geträumt und sie hat sich immer gesagt, sie arbeitet bis zur Pension. Sie ist da, sie ist pensioniert und kann nicht mehr laufen, nicht mehr so, dass sie wirklich reisen kann. Und ich habe immer mitbekommen, wie stark, dass sie darunter gelitten hat. Und deshalb hatte ich irgendwie so einen großen Drive, wirklich loszugehen und das zu finden, was für mich wichtig war. Dazu kam halt dann noch ein Künstler, der mein Lieblingskünstler war und das war Materia. Und der sagte so in einem Interview, ja, ich denke, das Wichtigste ist, dass jeder junge Mensch, wenn er mal so fertig mit Schule, Ausbildung ist, einfach mal ein Jahr weg geht. Weißt du, scheißegal, was da auf einen zukommt, nicht nur einen Monat oder zwei Monate, sondern wirklich ein Jahr wegen der Entwicklung. Und ich dachte einfach, fuck, man, weißt du, ich mache das jetzt. Und irgendwie, ich war auch vielleicht noch ein bisschen leichtsinniger oder naiver, aber ich glaube auch heute noch, wenn ich so das Gefühl hätte, dass ich eine große Entwicklung hinlegen kann, würde ich das nochmal genauso machen. Und ich weiß nicht, ob es abhängig ist von Mensch zu Mensch verschieden. Ich habe vielleicht auch einfach einen großen Drang, was ihr beide, glaube ich, auch habt und das ist Entwicklung. Und ja, ich denke, das ist so eine Antwort darauf. Ja, schön, das zu hören und diese Message, die dir dein Lieblingskünstler Materia da auch mitgegeben hat. Lebst du die auch? Gibst du die auch an andere weiter oder welchen Tipp kannst du anderen Leuten, gerade in deinem Alter oder auch ältere, jüngere, das ist ja, glaube ich, fast egal, aber Leute, die vor ähnlichen Hürden stehen oder nicht genau wissen, was sie machen wollen oder vielleicht was wissen, was sie machen wollen, aber nicht wissen, wie sie das angehen. Was kannst du den Leuten mit auf den Weg geben? Also ich würde sagen, dass wenn man wirklich einen großen Wunsch hat und sich unbedingt in eine gewisse Richtung entwickeln will, dann ist es immer möglich, man muss einfach bewusst sein, dass man sein Umfeld dafür, für diese Entwicklung optimal darauf anpassen muss. Das heißt, wir können nicht erwarten, dass wenn ich zu Hause wohne, wo alle mit den gleichen Perspektiven, mit dem gleichen Denken immer um mich herum sind, dass ich da eine Entwicklung schaffe, die total anders ist als das Gewohnte. Weißt du, es gab da mal ein gutes Beispiel, wenn du dich verändern willst oder verformen willst, dann stell dir das vor wie ein heißes Eisen, so ein Pferdehufeisen. Du musst es wirklich, wirklich erhitzen, dann kannst du es formen. Um es zu formen, musstest du es in eine neue Umgebung bringen, wo es wirklich, wirklich heiß war. Du kannst es jetzt formen, wenn du das heiße Eisen jetzt einfach wieder rausnimmst und in die Kälte legst, da wo es vorher war, es wird nicht seine gewünschte Form behalten, es verformt sich wieder. Und zwar recht stark in die vorherige Form zurück. Das heißt, um so zu bleiben, wenn man das schon mal geschafft hat, sich in die Richtung zu entwickeln, wo man sein wollte, dann muss man, denke ich, auch sehr stark auf sein Umfeld achten. Und ich denke, niemand kann sagen, hey, nein, bei mir ist es einfach zu spät. Das ist eine Entschuldigung. Also, wenn man wirklich will, dann geht das auch. Ja, vielen Dank für das bildliche Beispiel, sehr schön. Wie ist das denn heute, wenn wir mal auf heute schauen und du hast jetzt dein Studio, was du mit deinen Freunden betreibst und du hast irgendwelche Ziele, die du, weiß ich nicht, dir fürs nächste Jahr setzt, passt ja jetzt auch ganz gut. Ende des Jahres, neues Jahr, viele Leute haben immer Ziele. Und wenn du sagst, es ist wichtig, diese Dinge zu erreichen, als Beispiel, was du gerade gesagt hast mit der Umgebung, wie schaffst du dir das da? Hast du da ein bestimmtes Framework oder wie gehst du das an, um deine Ziele zu erreichen, die du dir langfristig dann setzt? Was meinst du mit Framework? Du hast gerade gesagt, das mit der Umgebung ist wichtig. Wie du das Beispiel gesagt hast, du bist losgegangen, auf Reisen gegangen, dass du dann halt in einer anderen Umgebung warst. Aber es ist ja manchmal auch, wenn man in einer Umgebung bleibt, aber dann ist es ja trotzdem wichtig, sich so das Umfeld oder ich weiß nicht, aufzubauen. Hast du da irgendwas, wie du da agierst in Zeiten, wo du besondere Ziele verfolgst? Da du jetzt ja auch längere Zeit an einem Ort bist, aber trotzdem dich weiterentwickelst und weiterentwickeln möchtest und bestimmte Ziele verfolgst, da ist die Frage, wie machst du das? Also wie gehst du das an? Ja, also jetzt, wenn man, ich denke, es ist sehr wichtig für mich, dass ich das mit so einer Strategie angehe. Also ich teile mein Jahr eigentlich in drei Phasen auf. Diese drei Phasen bestehen aus einer Vorbereitungsphase, die geht dann etwa so 30 bis 45 Tage, aus einer Aktivphase, die geht 60 Tage, das ist fix, da geht man alles. Und einer Breakphase, da ist Pause so 10 bis 30 Tage. Jetzt kennt man diese drei Phasen und für mich selbst, um wirklich auf dem Optimum zu performen, ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass ich mir genau aussuche, welche Leute ich in welcher Phase um mich herum habe. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Breakphase bin, wo ich wirklich Pause habe und mich entspannen soll, weißt du, relaxen und so, dann kann ich da nicht Leute um mich haben, die mich immer zutexten mit, ja, dieses Ziel und ja, da muss man richtig Gas geben und Ben, was machst du? Du bist da, was ist mit dir los? Du kannst, wieso entspannst du jetzt, ne? Weißt du, da kann ich nicht runterfahren, da kann ich nicht mein Serotonin-Level wieder auffüllen. Aber wenn ich schaue, dass ich da Leute habe, die ein bisschen gechillter drauf sind und ein bisschen das Leben gemütlicher angehen, dann kann ich atmen, okay? Und dagegen, wenn ich wieder in der Vorbereitungsphase bin, da weiß ich genau, welche Ziele habe ich in der Go-Phase, also in der Aktivphase und welche Leute passen wirklich zu 100% zu diesen Zielen. Das heißt, ich bereite mich vor, ich verbildliche es, also ich baue Dopamin auf in der Vorbereitungsphase und dann kommt die Aktivphase, 60 Tage, einfach knallhart rein, nur auf Top-Niveau und da wird wirklich Endorphin freigeschaltet, man gibt Gas, es gibt keine Ausnahmen, man sieht nur die ausgewählten Leute und da kommt niemand mehr dazwischen, der einem irgendwo ein bisschen bremsen könnte. Manche Leute denken, ja, das ist doch hart oder so, du kannst doch nicht deine Leute so ausgrenzen. Da sage ich, von dem Mentor, von dem ich das gelernt habe, ohne ihn hätte ich viele Dinge jetzt so nicht hingebracht, wie ich es hingebracht hatte und ohne dieses System könnte ich all diesen Leuten, die mir wirklich wichtig sind, niemals diese Energie geben, die sie verdienen, die ich ihnen geben will. Ich kann ihnen das nur geben, wenn ich zuerst mal selfish bin und auf mich schaue, stimmt bei mir alles und wenn das so ist, dann kann ich geben und vermehren. Okay, das ist so ein bisschen eine Strategie, die ich verfolge, war jetzt ein bisschen langweckig, aber vielleicht ein bisschen verständlicher jetzt noch. Überhaupt nicht, also total beeindruckend wirklich, wie du das für dich selber so entwickelst und mit Hilfe von außen natürlich dann auch deinen Weg so gehst. Ich habe Birch ja schon mal damals als Schwamm beschrieben, der gerne viele, viele Dinge auf sich aufnimmt und umso schöner ist es jetzt zu sehen, wie sich das immer mehr auch wieder nach außen hin präsentiert und wie das jetzt auch sich entfaltet, das ganze Wissen und diese ganzen Dinge, die du über die letzten Jahre so aufgenommen hast, also wirklich beeindruckend. Und meine Frage ist, sind jetzt so ein bisschen auch auf das ganze Jahr gegangen, aber da hast du ja schon eine sehr schöne Routine, finde ich. Wie sieht denn dann so dein Tag aus in den verschiedenen Phasen, beziehungsweise jetzt sieht er immer gleich aus oder endet er sich dann auch in der Break-Phase beziehungsweise in der Aktiv-Phase? Wie sieht das bei dir so aus? Also die Tage, die können ein bisschen variieren. Ich habe da immer einen Wochenplan und das war ein sehr, sehr geiles Ding. Das habe ich von dir, Ben. Wir waren im Kämpfer und sind überall durchgereist. Und Ben war einfach der super Organisator. Ey, dieser Ben Fein. Fuck. Ich und Ramon, wir waren da so ganz anders. Und durch dich habe ich da so viel gelernt. Du hast mir auch ein Programm weiterempfohlen von Tony Robbins. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Vielleicht Time of Your Life oder so. Time of Your Life oder Personal Power II hieß das. Ja, ja. Time of Your Life war es, dass ich da so studiert hatte. Und es ist einfach exzellent, wenn du deine Wochen wirklich im Voraus ein bisschen planst. Dann kannst du verschiedene Tage so setzen, dass du deine gewünschten Aktivitäten immer durchführst. Das heißt, du wirst in deinen, sagen wir so, du gehst nach dem Pareto-Prinzip vor und wählst deine wichtigsten Aktivitäten, die du unbedingt hinbringen musst. Und so gehe ich dann eigentlich durch meine Woche durch. Die Tage müssen nicht immer gleich sein. Sind allgemein aber schon ein bisschen ähnlich strukturiert. Das heißt, morgens beginnt der Tag easy, Vorbereitung. Was ist das Wichtigste für meine Vorbereitung? Dass ich wirklich auf meinem besten Niveau starte. Und dann kommt halt die Go-Phase wieder. Und gegen Abend wieder die Break-Phase. Wo man auch wieder sich bestimmte Fragen stellt. Wie jetzt zum Beispiel, was bringt mich aus finanzieller Sicht morgen auf einen besseren Punkt? Oder wie kann ich in finanzieller Sicht mich und die Leute, die meine geteilten Bereiche teilen, auf ein neues Niveau bringen? Genau gleich kommt die zweite Frage. Wie kann ich morgen Menschen, die mir wichtig sind oder die auf dem gleichen Weg sind wie ich, wie kann ich diese am besten unterstützen? Und dann die dritte Frage für mich ist am Abend immer so, was steht sonst an? Was ist mir jetzt einfach noch wichtig, dass morgen wirklich gemacht werden muss? Und so geht das eigentlich gut voran. Und was ist, wenn das mal, sag ich mal, aus der Balance gerät, passiert das bei dir? Also, dass du mal vielleicht einen Tag hast, wo dann auf einmal irgendwas total Unerwartetes passiert. Es kommt ein Besuch, mit dem du gar nicht gerechnet hast. Und du wirst wirklich aus der Bahn geworfen. Wie gehst du dann damit um, mit solchen Dingen, um dich wieder zurück in den Flow zu kriegen? Also, in der Go-Phase passiert das nicht. In der Go-Phase, ja, wenn da so ein Besuch kommt, dann... Also, es muss ein sehr, 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 sehr spezieller Besuch sein, dass ich nicht sage so, hey, ich habe gerade mega viel los, ich kann heute nicht wirklich lang da sein und dann verliere ich meine Ziele nicht. Aber du planst ja nicht den ganzen Tag zu 100%, sondern irgendwie 70% kannst du planen. Der Rest kommt irgendwie so... Ja, das kannst du nicht beeinflussen. Aber wenn da wirklich mal etwas Krasses ist oder ich bin jetzt in der Vorbereitungszeit oder Breakzeit, wo ich noch nicht so 100% wie, weiss ich was, darauf achte, ja, dann gilt auch da wieder am Abend das Pareto-Prinzip. Was ist das Wichtigste, das ich jetzt noch mache vor dem Schlafen, damit ich morgen optimal starte? Und dann sind die drei erwähnten Fragen für mich das Wichtigste. Die kann ich kurz am Telefon durchgehen und dann ist das Ding gebongt. Und wie ist das so für dein Umfeld? Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich ja irgendwann mal damit angefangen, nach diesem Prinzip, was du für dich entwickelt hast, zu leben. War das irgendwie erst ein Unverständnis deinem Umfeld, deinen Leuten, die dir nahestehen gegenüber, sei es jetzt gute Freunde, Familie? Und wie schaffen die das, damit umzugehen? Oder wie vermittelst du denen das, dass du denen wirklich sagst, hey, das ist jetzt wichtig für mich, ich bin gerade in dieser Phase? Kommt das manchmal zu Konfliktsituationen? Und wie gehst du damit um? Also ich kann ja... Also erst mal, die Leute kennen mich. Die wissen, dass ich extrem bin mit manchen Ansichten. Deshalb ist das für die nicht mal mehr so verblüffend. Dass jemand wirklich schwierig tut, sage ich jetzt mal, ist bisher auch nicht vorgekommen. Weil ich glaube, dann wäre es auch nicht unbedingt ein... Falls die Person es nicht versteht, ist es nicht ein qualitativer Freund. Weil wenn ich mit meinen Freunden rede und denen sage, was für mich wichtig ist, dann wollen die mich unterstützen in dem, was für mich wichtig ist. Und sie wissen, ich unterstütze sie in den Dingen, wo ich wirklich viel Unterstützung geben kann. Und wenn da jemand ist, der es überhaupt nicht versteht und der butthurt ist oder der sagt, nein, das kannst du doch nicht machen. Weißt du, ich habe viele Leute, die ich immer wieder einlade, so komm, ziehen wir da das und das und das durch. Manche sind da eh so, ja geil, machen wir. Und manche sind so, nee, Ben, nichts für mich. Cool, akzeptiere ich. Aber dann ist halt die Akzeptanz auch auf der anderen Seite, dass ich das Ding durchziehe. Und wenn sie das nicht wollen, kein Ding. Wenn sie denken, hey, ich will dazu kommen, komm dazu. Aber man kann sich da nicht irgendwie, ja, blöd kommen, sage ich mal. Weil ja, schlussendlich, jeder soll sein Leben so leben, wie er das will, oder? Ja, genau, cool. Finde ich eine super Einstellung und für mich ist die Frage noch ganz interessant. Das wollte ich eigentlich vorhin schon fragen, als du von deinem Muay Thai erzählt hast. Du hast ja auch schon Kämpfe gemacht. Für mich ist immer interessant, ich habe das noch nie gemacht, ich stand noch nie in einem Ring. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wie kriegt man sich in diesen Zustand, in diesen geistigen Zustand, dass man dann in den Ring steigt und jemand gegenübersteht, mit dem man dann wirklich so einen Kampf dann machen muss. Wie ist das für dich? Was geht da in deinem Kopf vor? Und wie kriegst du dich dazu, dass du sagst, okay, und du gibst jetzt Vollgas und du trittst auf eine andere Person ein, wo du weißt, dass sie dies natürlich auch trainiert und kann sich auch entsprechend wehren, beziehungsweise schlägt auch zurück. Aber wie kommst du mit deinem Kopf in diesen Zustand? Das finde ich unglaublich interessant. Also das passiert ja nicht nur von dem einen auf den anderen Tag, dass man in diesen Zustand kommt. Ich denke, einerseits wird man durch den Kampfsport ein bisschen abgestumpft. Das heißt einfach abgestumpft gegenüber physischen Kräften, die auf dich oder die du auf andere wirken lassen kannst. Also das Nächste ist, wenn du in einen Kampf gehst, dann machst du halt wirklich, wirklich starkes Training für deine Mentalität. Das ist so wichtig, dass du deine Emotionen und deine Mentalität unter Kontrolle hast, weil sonst kommt das im Ring nicht gut. Und da haben mich eigentlich große Leute wie Mohamed Ali oder Bruce Lee in Richtungen gelenkt, wo ich sagen muss, das ist schon interessant, was da passiert, weißt du, aber solange du nicht komplett frei sein kannst im Ring, ist es noch ein Weg für dich, den du beschreiten musst, um deine Mentalität wirklich auf einem hohen Niveau zu haben, weil es sind so viele Einflüsse, die auf dich wirken. Und ja, jetzt um auf den Punkt zu kommen, was macht man da genau? Meditieren, ganz sicher. Man ist sich bewusst, dass man eigentlich gegen sich selbst kämpft. Okay, also es ist nicht irgendwie so, ja, der Gegner, sondern nein, du bist es in deiner Vorbereitung. Wie oft gehst du trainieren? Wie hart bleibst du dran? Weil das entscheidet schlussendlich, wie du im Ring performst. Wenn du wirklich alles gegeben hast im Training, dann gibt es keinen Grund, Angst zu haben vor etwas. Aber wenn du im Training vorher in der Vorbereitung, ja, komm, geh mal da, ein bisschen chillen, oder da hatten wir auch im Thai-Box-Camp manche Leute, die halt noch daneben geraucht haben oder so. Weißt du, mir ist das ja egal. Aber für mich, für mein Denkapparat, muss ich da alles tun, um wirklich in Top-Form zu sein. Und wenn ich das tue, dann kommen auch keine Zweifel auf. Aber überall, wo ich mich im Training bescheiße, mein Unterbewusstsein merkt sich das. Meine Selbstsicherheit wird durch das geformt. Und deshalb, ich denke, nicht nur im Kontext zum Kampf ist es extrem wichtig, dass man sich selbst nicht bescheißt, sondern überall im Leben. Also auch mit Freunden oder Familie oder fremden Menschen, dass man einfach wirklich knallhart seine Werte kennt und zu diesen stehe, weil nur die Menschen, die mit deinen Werten okay sind, sind wirklich deine Freunde. Und die anderen wirst du eh aussortieren. Also das ist einfach ja noch ein bisschen eine Umleitung, was ich vom Kämpfen im Ring auch aufs Leben rüberziehen würde. Sehr cool. Und du hast gerade als Tool zum Beispiel Meditation genannt. Gibt es denn noch irgendetwas, was dir besonders hilft oder was du auch weiterempfehlen würdest, was da auf jeden Fall bei hilfreich sein kann oder vielleicht was du auch gerade erst vor einer kurzen Zeit doch mal neu entdeckt hast? Also ich denke, wenn man sich auf so einen Wettkampf vorbereitet, man ist nie perfekt und man muss wissen, dass zum Beispiel, wie gesagt, Meditation etwas sein kann, das helfen kann, aber auch eine bestimmte kleine Kategorie, aus dem, ich bringe das Beispiel mal im Muay Thai rausnehmen und dann sage ich zum Beispiel Kombinationen, Fußarbeit, Ausweichen, Blocken, Clinch-Arbeit, okay? Das sind so verschiedene Bereiche, die man im Muay Thai nutzen kann. Wenn ich jetzt mich vorbereite auf den Kampf, will ich natürlich in all diesen Bereichen eine bestimmte Stärke haben. Aber ich will auch genau wissen, wofür ich besonders gut gemacht bin. Und dann picke ich mir diese eine Kategorie heraus und sage, hey, auf den nächsten Kampf arbeite ich so krass an dieser einen Kategorie, dass ich mit der einfach wirklich trumpfen kann. Und ich denke, da ist es sehr entscheidend. Kannst du dich auf eine Sache total konzentrieren oder bist du immer mit all den verschiedenen Dingen abgelenkt? Weil wenn du alles nur zum Maximum bringen willst, dann bist du nicht mega krass bombenmäßig unterwegs in einer bestimmten Sache. Das denke ich, ist für den Kampf schon wichtig. Und ihr hört doch im Studio bestimmt auch Musik und du privat ja auch. Du hast ja vorhin schon einen von Künstlern genannt, den du sehr verehrst. Was hörst du denn gerne so für Musik oder was spielt ihr denn auch so in eurem Gym, um euch so in den Flow zu bringen? Gibt es da irgendwas? Mich selbst als Musiker interessiert das natürlich immer sehr, was es da für verschiedene Richtungen gibt und wo auch immer die hingeht. Also so musiktechnisch bin ich so ein bisschen Hip-Hop mäßig unterwegs. Ich liebe Seed und ich spiele auch in den Lektionen, die ich leite, immer wieder Seed ab. Und wenn ihr Seed kennt, dann ist das mega freundliche, leidenschaftliche Musik. Also das passt für viele wahrscheinlich gar nicht zum Kampfsport, weil ich sage mal, so hart sein und so was krasses Zeug laufen. Aber nee, für mich so Seed kommt da andere Hip-Hop-Mixes. Natürlich zum Pushen ist auch mal geil, Eminem reinzubringen. Und ja, aber momentan bin ich so entspannt unterwegs, da läuft sehr viel Seed. Zum Thema entspannt. Was ich noch sagen kann und zufügen kann, ist für den Wettkampf, da ist natürlich, man trainiert oder man hat seine Sparring-Partners, mit denen man im Training trainiert. Allerdings ist der Unterschied immer der, dass du im Training das gewohnte Umfeld hast. Und wenn ich jetzt für den Kampf wirklich gut vorbereitet sein will, dann ist es das Beste, wenn ich mir überlege, okay, okay, welche Dinge, wie sagt man, what is influencing your senses? Deine Sinne beeinflussen. Genau, genau. Was beeinflusst deine Sinne, wenn du wirklich im Kampf bist? Dann ist das laute Musik. Im Thai-Boxen ist es diese quietschende, komische Musik. Es sind Leute, es ist Gejubel, es ist Geschrei da. Und das heißt, ich möchte vielleicht eine Aufnahme von genau so einem Kampf haben und das laut abspielen, wenn ich mit meinen Leuten trainiere. Oder wenn ich in dem dunklen Raum bin und da für mich Schattenboxen mache, dann möchte ich genau diese Töne haben, damit ich meinen Gehörsinn schon mal dadurch beeinflusse. Ja, das noch dazu gefügt. Danke. Und jetzt nochmal auf das Thema Entspannung zurückzukommen. Das ist ja alles sehr, denke ich mal, weil, ja, du musst dich da in diese Zustände versetzen. Du musst auf den Kampf vorbereitet sein. Du hast ein sehr strukturiertes Leben oder ja, wie du es aufteilst, wie es klingt. Aber wenn du mal dich entspannen möchtest und mal wirklich deine Gedanken abschalten willst, also vielleicht auch gerade so abends beim Schlafen gehen oder so, dass du das kannst, das stelle ich mir unheimlich schwierig vor, wenn man jetzt wirklich in dieser Phase ist, wow, da muss man jetzt Gas geben, dass man das nicht mitnimmt ins Einschlafen. Wie machst du das? Wie kannst du dich da runterholen und entspannen? Also so Spaziergänge draußen sind eigentlich für mich mega hilfreich. Also wirklich in den Wald gehen, in die Natur und vielleicht sogar barfuß und so. Dann einfach da auch nicht mal Musik haben oder so, was einen ablenkt, sondern einfach nur da ein bisschen rumstreuen und für sich sein. Das hilft mir mega fest. Also nicht nur in der Weckkampfphase, sondern auch so normal. Und du hast jetzt schon dein Studio auch erwähnt mit deinen Kumpels, dass ihr das zusammen macht. Also ihr habt den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Kannst du dich noch daran erinnern, was das für Hürden waren, die ihr da teilweise gehen musstet? Weil wenn ihr jetzt damit euer Geld verdient, dann ist das ja auch erstmal ein ganz schönes Risiko, sag ich mal, in dem Alter und halt wenig Erfahrung in dem ganzen Bereich. Also ich meine, ihr habt selber eure eigenen Erfahrungen gemacht, aber ihr habt ja jetzt auch mit einem eigenen Unternehmen jetzt noch so keine Erfahrung gehabt. Das hat euch doch davon überzeugt, das durchzuziehen. Und wie habt ihr die Hürden zur Selbstständigkeit für euch gemeistert? Das mit der Selbstständigkeit ist auf meinem Mist gewachsen. Und das ist eigentlich daher gekommen, dass ich denke, weißt du, ich bin so jung, wenn ich mir das jetzt nicht erlaube, später wird es nicht einfacher oder besser. Weißt du, jetzt habe ich noch viele Freiheiten. Jetzt kann ich mir noch alles so formen, wie ich das gerade gerne formen würde. Der nächste Punkt ist, meine zwei anderen Coaches, Freunde, die da mitwirken, die haben nur einiges mehr Lebenserfahrung als ich. Also da ist der eine, der ist 37 und der andere, der ist 46. Und das ist immer mega wertvoll, weil die sagen, weißt du, ich mag es sehr, wenn Leute direkt mit mir kommunizieren. und ich sehe nicht, ich sehe alles aus meiner Perspektive. Und ich bin eher ein bisschen eine lockere Person. Da ist es manchmal sehr gut, wenn eine Person da ist, die vielleicht ein bisschen strikter da ist und das Ganze ein bisschen aus einer schärferen Sicht anschaut und dann einfach mal auf den Tisch schaut und sagt, hey, wenn, was hast du da gedacht? Und dann das Ding einfach auf den Punkt bringt. Deshalb, ich bin da nicht so, dass ich sage, hey, weißt du, ich mache da das alles alleine oder meine Idee funktioniert sowieso. Oftmals funktionieren meine Ideen am Anfang gar nicht. Und oftmals funktioniert das so, dass ich reinlaufe und dann denke ich so, oh fuck, okay, hätte ich jetzt anders gedacht. Wie finde ich die Lösung? Ich denke, da ist einfach viel Kreativität gefragt. Und zum Zurückkommen zu deiner Frage, ich glaube, ich bin ein bisschen abgeschweift. Was war nochmal der Punkt? Generell diese Hürden, die man als Selbstständiger gehen muss und die Herausforderungen, gegenüber denen man steht dann, wie habt ihr die gemeistert und was kannst du anderen Leuten auf den Weg noch mitgeben, da hast du jetzt schon ein paar Sachen so vom Mindset her gesagt, aber mal ein paar konkrete Beispiele, wo ihr auch mit dem Startkapital für sowas und auch mit dem jetzt Cashflow, wie verdient man damit sein Geld, weil man jetzt vielleicht teilweise nicht auf Dinge zurückgreifen kann, nicht jeder hat ein super reiches Elternhaus oder sowas, du ja auch nicht. Also wie habt ihr das jetzt alles so hinbekommen, dass ihr davon jetzt leben könnt? Das ist, glaube ich, für viele Leute kann das interessant sein. Also für mich ist es jedenfalls sehr interessant zu wissen. Also ich denke, ein wichtiger Punkt ist, dass man sich mal anschaut, wie machen das Leute, die in der gleichen Branche sind oder in einer ähnlichen Richtung arbeiten, was tun die, wie sah deren Weg aus und dass man die einfach mal anfängt, anfängt zu studieren. Denn das Nächste ist natürlich, Bescheid zu wissen, wie sieht es mit den Finanzen aus, was brauche ich am Anfang und sich das Ganze mal durchrechnen. Wie viel kommt rein, wenn das und dies der Fall ist? Was tue ich, wenn Plan A nicht funktioniert? Was kann ich daneben noch aufbauen? Habe ich vielleicht einen Nebenjob, wo einfach ein bisschen Geld immer reinkommt, weisst du, bis man so eine gewisse Sicherheit hat? Und der nächste Punkt ist, es kommen immer wieder Hürden. Aber ich glaube, um wirklich erfolgreich zu sein, muss man sich bewusst sein, dass sein Netzwerk die stärkste Währung ist, die man überhaupt besitzen kann. Weil du mit deinem Netzwerk die größten Wege innerhalb der kürzesten Zeit, wie sagt man? Gehen kannst oder überbrücken kannst. Genau, genau, genau. Und deshalb, egal auf welchem Weg, dass ich da bin, ob es finanziell oder auch in den Coachings oder im Zwischenmenschlichen irgendwelche Probleme gibt, weiss ich genau, welche Leute ich kontaktiere, um mir gewisse Tipps zu holen. Und dann auch nicht so zu sein, dass man einfach nur seinen Kopf durchdrücken will, sondern ich denke, es ist wichtig, sich verschiedene Perspektiven anzuhören und sich dann den Weg manchmal so zu verändern, wie man denkt, dass es Sinn macht für einen selbst. Also man muss schon noch bei sich in der Mitte bleiben. Man kann nicht einfach den anderen Leuten das Zepter in die Hand geben und sagen so, ja, was würdest du da machen? Und die haben vielleicht den ganzen Kontext nicht so, wie du dir das geübt hast. Und die sagen dann, nee, das und das, mach das nicht. Dann musst du immer noch verstehen, von wo kommen die, okay, dass die so eine Aussage machen. Und dann ist das schlussendlich schon deine Entscheidung. Ich hoffe, dass sie etwa beantwortlich sind. Ja. Doch, doch, ja, auf jeden Fall. Und du hast am Anfang des Interviews schon so ein bisschen erzählt, worauf du dich jetzt spezialisiert hast. Wie geht es denn jetzt weiter bei euch oder bei dir? Was bietet ihr da dann eigentlich alles an? Was kann man bei euch lernen oder erarbeiten? Also bei uns, Carsport ist ganz oben. Also das Muay Thai wird bei uns mit Leidenschaft weitergegeben. Die Coaches sind voll dabei, also mega mit Herz. Und für uns ist es sehr wichtig, dass wir die Qualität liefern. Also der eine Coach, der war auch wieder im Ausland und hat da in anderen Gyms Erfahrung gesammelt. Für mich war das im August jetzt wieder der Fall und im Ende Dezember gehe ich wieder nach Thailand in ein Thai-Box-Camp und gebe da Gas für zwei Wochen, zweimal am Tag, sechsmal die Woche, einfach richtig schön trainieren. Und auch mit der Philosophie, mit dem Thai-Style, weil so Kampfsport wird hier in Europa aus meiner Sicht sehr oft mit so Wut oder Negativen verbunden. Und in Thailand ist das so anders. Da trainiert man locker mit Freude und wenn man auch miteinander kämpft, dann ist das spielerisch. So kann man lernen, so kann man sich verbessern. Allerdings, wenn man schon beim Trainieren im Kampf miteinander blockiert und wütend wird, und sich versteift, dann kann man nicht lernen. Und das will ich vor allem bei uns reinbringen, weil ich das Gefühl habe, das fehlt so ein bisschen an anderen Orten. Das nächste ist, mit dem Biomechanik-Coaching, also alles, was mit Haltungskorrektur zu tun hat, gibt es eine Weiterbildung im Mai. Da werde ich Naudi Aguilar höchstpersönlich kennenlernen. und das ist der Founder von Functional Patterns. Und da wird es wieder richtig steil zur Sache gehen, weil das ist ein Mega-Wissenschaftler und da muss man wirklich, wirklich ready sein, weil es gibt so viele Informationen. Und ja, ich freue mich drauf. Es wird sich viel ins Gute weiterhin verändern. Kann man denn auch bei euch irgendwie mal eine Probestunde machen, wenn jetzt jemand aus der Nähe das Interview hört oder der vielleicht mal in der Nähe ist? Gibt es da Möglichkeiten bei euch einfach mal reinzuschnuppern? Macht ihr auch so Tagesevents oder ist das wirklich, dass man bei euch fest als Mitglied dabei sein muss? Jetzt switche ich gerade schon auf Schweizerdeutsch. Das ist für die Schweizer, die da in der Nähe sind. Also, wer das irgendwie interessant findet und wer das Gefühl hat, er möchte mal reinschnuppern und sehen, wie ist es, wie sind die Leute, macht es mir Spass? Einfach anmelden und das Robitraining ist kostenlos. Also, da ist gar kein Thema und dann ist es auch so, wenn man rein gesehen hat, locker. Also, wir sind alle nicht so, dass wir sagen so, hey, jetzt musst du kommen. Es kommen die Leute, die es wirklich anmachen, die, die sagen so, hey, das ist etwas für mich. Cool, welcome. Wir haben Anfängertraining, wir haben Fortschrittungstraining und auch Gemischtegruppen, wir haben Trainings nur für die Ladies, also, Kindertraining gibt es auch, es ist für alle etwas. Super, vielen Dank dir, das ist schön. Da haben wir auch das, ein bisschen was verstanden. Wir haben alles verstanden und das lokale Publikum fühlt sich nun auch angesprochen. Ja, ich denke, wir kommen auch nach und nach zu unseren letzten Fragen. Was mich noch interessiert ist, wo siehst du das ganze Projekt, nenne ich es mal, oder deine Unternehmung, ob das jetzt das Functional Pattern, Coaching, beziehungsweise diese Bio-Mechanik, das Coaching angeht, beziehungsweise auch das Muay Thai oder das Gym, das sie jetzt betreibt. Wo siehst du das alles so in den nächsten zehn Jahren? Wo soll es für dich hingehen? Hast du überhaupt so einen langfristigen Plan oder beziehungsweise was sind so deine großen Ziele in der Zukunft? Also, ich habe auf jeden Fall langfristige Pläne und auf diese freue ich mich riesig. Es ist allerdings ein Weg, das aufzubauen. Ich würde gerne mit den Leuten, die da beim Training dabei sind, jetzt zum Beispiel im Muay Thai, auch Ausflüge machen. Das heißt, mit denen, die wirklich angefressen sind, hey, es ist Sommer, lass uns mal losgehen, wir treffen uns da in Thailand, man organisiert einen Flug und dann macht man zusammen so ein Muay Thai Camp. Und ja, das wäre natürlich Bombe, weil ich denke, viele haben das vielleicht bisher noch nicht mitbekommen, wie ist es wirklich, in Thailand zu trainieren und dann hat man die Möglichkeit, mit dem eigenen Gym, mit den eigenen Leuten da zu sein und dann zu trainieren und dann geht man wieder mal an den Strand und da mal eine Kokosnuss schlöpfen. Das ist so ein Ziel, was ich gerne in Zukunft erreichen würde. Und das nächste wäre, so einen Ort zu kreieren, wo man total zurücklehnen kann. Das heißt, vielleicht irgendeine Hütte in den Bergen, wo man in den Ferien für ein, zwei Wochen sich trifft und da ist einfach Training angesagt, jeden Tag ein bisschen und man ernährt sich relativ gesund, man schaut auf seinen Körper, geht irgendwie auf Wanderung und es ist einfach so, weißt du, etwas Schönes, Entspanntes, vielleicht auch noch irgendwie mal eine Party organisieren, wo dann gewisse DJs auftreten, Ben, ne, und ja, solche Pläne sind schon im Hinterkopf, ist noch ein bisschen ein Weg dahin, aber es wäre schon mega geil. Ja, da bin ich natürlich gerne dabei, sag mir einfach rechtzeitig Bescheid und dann bin ich beziehungsweise sind wir gerne am Start. Also es ist auf jeden Fall total tolle Pläne, ein bisschen Mucke auflegen, cool. Es sind total tolle Pläne, wo wir dir auch ganz viel Erfolg wünschen und denken, dass du, wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, so wie wir dich kennengelernt haben oder kennen, dass du das auch erreichen wirst. Also da machen wir uns glaube ich gar keine Gedanken, dass es nicht so sein wird. Deshalb auch auf die nächste Frage direkt zu kommen, die wir unseren Interviewten oft stellen. Sie sollen sich vorstellen, dass sie eine eigene Schule hätten und das passt in deinem Fall ja jetzt ganz gut. Du hast ja sozusagen eine Kampfsportschule, aber wenn du jetzt mal davon wegdenkst, also nicht nur dich auf rein das fachliche, spezialisierst, sondern alles, was du mit dem Leben zu tun hast, mit dem Mindset und deine Schüler würden zu dir kommen und quasi bei null starten. Was ist im Leben wichtig? Worauf muss ich achten? Was würdest du deinen Schülern mitgeben wollen? Genau, oder welche Fächer würdest du in deiner Schule haben für die Schüler? Wow. Das ist ein großes Ding. Ich habe jetzt sicher nicht die ideale Antwort bereit dafür, aber ich habe mir letztens erst mal Gedanken darüber gemacht, so wie, denke ich, würde das Ganze ein bisschen in eine andere Richtung gehen? weißt du, dass Leute vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit haben mit dem, was sie tun wollen, weil ich glaube, dass heutzutage noch sehr viele Leute etwas machen, das sie eigentlich gar nicht so fühlen. Um in die Richtung zu gehen, wo man vielleicht mehr sich selbst nahe steht, denke ich, ist es zuerst mal sehr wichtig, seine eigenen Werte zu kennen. also, ich denke, am Anfang der Kindheit kommt die halt auch von den Eltern. Das nächste wäre, für mich wäre es sehr, sehr wichtig, den Kindern ein Fach in die Hand zu geben, wo sie lernen, wie man mit der Mentalität und mit der richtigen Mentalität an die Dinge geht, die man gerne in Zukunft entwickeln will. Ich denke, das ist so wichtig, weil heutzutage habe ich das Gefühl, alle lernen in der Schule gewisse Fächer, aber ob man schlussendlich wirklich erfolgreich wird mit dem, was man macht, hängt, glaube ich, weniger damit ab, was man im Breiten, im Allgemeinwissen gelernt hat, so zum Beispiel einfach in der Mathematik oder Ideologie oder Geschichte, sondern ich glaube, da ist es viel wichtiger, die richtige Mentalität an den Tag zu legen. Man sollte wissen, wie gehe ich mit Emotionen um? also von wo können sie kommen und kann ich die einfach akzeptieren und wie verhalte ich mich oder so ein bisschen das und dann würde ich, glaube ich, ziemlich viel Freiraum lassen. Vielleicht noch ein bisschen Spiritualität reingringen, dass ich würde jetzt nicht zu sehr in die Wu-Wu-Richtung gehen, aber ich glaube, so einfach ein bisschen Glaube hinter dem, was man macht und das kann man ja durch Spiritualität reichen oder Religionen oder wie auch immer. Wenn man das so gefestigt hat, dann kann einem auch nicht so schnell etwas vom Sockel hauen. Okay, wenn man das nicht hat, dann ist man so das fliegende Blatt im Wind und viel Spass damit. Ich glaube, das will niemand und man fühlt sich danach nicht wohl. Wenn man diese drei Dinge, glaube ich, hat, also die Mentalität, die Emotionen und dann so die Spiritualität angeschnitten hat, dann, glaube ich, können sich Kinder sehr gut in Richtungen entwickeln, wo sie wirklich aufgehen und wo sie dann einen riesen und enormen Mehrwert für die ganze Gesellschaft leisten können, weißt du, auch für die Welt, weißt du, was ist, wenn es darum geht, dass alle einfach Win-Win-Situationen schaffen und niemand nur, weißt du, wenn einfach gewisse Lebensphilosophien in den Köpfen der Kinder drin sind und die wissen, okay, ich kann meine Ziele verfolgen, solange ich niemand anderem schade, auch die Natur nicht, die ist, was uns am Leben erhält. Ich glaube, so in diese Richtung würde ich das Ganze gestalten. Ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, um da genau ein bisschen strukturell auf den Punkt zu kommen, aber am Schluss habe ich die Kurve bekommen, denke ich. Das ist total in Ordnung, weil es ist ja auch keine leichte Frage, die man mal so beantwortet, sondern da stecken ja auch viele Gedanken auf jeden Fall drin. Dankeschön. Und auch, dass du gesagt hast, das ist nicht die Frage. Ben, warst du da dabei, als wir im Dschungel in Australien waren und da hat es so einige Familien, also wir haben da so ein bisschen in der Community gelebt, aber es gab Familien, die haben ihre Kinder gar nicht in die Schule geschickt. Warst du da dabei? Ja, da war ich dabei. Ja, und das Feedback von den Eltern war so, dass ich für mich war das unbeschreiblich, also ich habe da gesagt so, hä, was, ihr schickt eure Kinder nicht in die Schule? Ja, wollt ihr, dass sie blöd werden? Oder wie sieht es aus? Und weißt du, so völlig, ich komme aus einer anderen Kultur, für mich ist das nicht normal. Und die haben dann gesagt so, hey, weißt du, die Kids, die wollen lernen, die sind mega lernfreudig. Und wenn jetzt zum Beispiel Christoph eine Faszination für Mathematik hat und dann in Mathe gut wird und die Lena, die ist im Lesen gut und fasziniert sich dafür, dann sieht die Lena, hey, scheiße, der Christoph ist mega gut in Mathe und eigentlich ist das etwas Cooles, das möchte ich auch können, dann stößt die sich mit der Zeit anscheinend auch ins Mathe und umgekehrt der Christ ins Lesen. Das ist schon noch interessant, so diese Erfahrung gemacht zu haben und ich denke, die fehlt vielen, die einfach nur so diesen Standard von hier kennen, aber ich denke, es gibt wirklich die Möglichkeit, dass Menschen sich in eine Richtung entwickeln können, in der sie wirklich stark sind und gleichzeitig trotzdem noch ein gutes Allgemeinwissen haben und nicht irgendwie, keine Ahnung, ganz falsch aus. Ja, also super, vor allem für, weil du am Anfang gesagt hast, das hast du jetzt vielleicht nicht die ideale Antwort war, die Antwort, also erstmal, es gibt keine ideale Antwort, aber ich fand deine Antwort schon überragend, schon sehr, sehr. Und auch total verständlich, einfach mal eine andere Sichtweise darauf zu legen, wenn man mal diesen kulturellen Unterschied betrachtet, was vielleicht in Europa bei uns hier, so Schule muss so und so sein, aber dass es auch ganz anders sein kann, wenn man einfach mal anders darauf schaut. Und dass es halt auch viel besser funktioniert, wenn man den Leuten ihre Freiheiten lässt, vor allem Kindern, wenn man Kindern ihre Freiheiten lässt, sich so zu entfalten, wie sie sich entfalten möchten, von der Natur her gegeben und nicht von irgendwelchen kulturellen Zwängen, wie es ja halt meistens der Fall ist. Schön, vielen Dank für die sehr tolle und ausführliche Antwort. Und jetzt eine unserer letzten Fragen ist auch, wir sind ja bei Unpopular People. Ich habe noch was. Gerne, sprich. Sorry fürs Unterbrechen, also wir waren ja gerade noch bei den Kindern und ich habe letztens erst gerade ein mega interessantes Interview gehört von Chuck Frasco. Vielleicht kennt der eine oder andere Hörer den Typ. Der hat sich mal gefragt so, hey, mir ist es mega wichtig, mein Sohn soll kreativ werden. Er soll Probleme lösen können und sich nicht unterkriegen lassen. Der Typ hat angefangen, die erfolgreichsten Menschen zu studieren. Wie kommt es, dass die so eine hervorragende Kreativität besitzen? Es hat sich herausgestellt, dass es sehr sinnvoll ist, zum Beispiel, wenn du eine Dokumentation siehst über Tiere, dann sieht das Kind mega Begeisterung, weißt du, Giraffen und Elefanten und wow. Da sagst du so nach der Dokumentation, hey, weißt du was, wir gehen in den Zoo und das Kind so, ja, geil, wann denn? Am besten nächstes Wochenende. Und da sagst du so, ja, nee, in einem Monat, weißt du, einen Monat, da muss das Kind übelst lang warten. Was passiert in der Zeit? Das Kind beginnt zu zeichnen, es beginnt, Informationen herauszufinden, ja, was macht die Giraffe aus? Was macht den Elefanten aus? Und vielleicht fängt es sogar an, die Figuren nachzustellen. Und so wird die Kreativität so enorm angeregt von so einem kleinen Kind. Dann sagte Jack Frasco, dass das Kind nicht mehr raus wollte, zu den anderen Kids, weißt du, zu seinen Kameraden, um zu spielen. Und er sagte, hey, raus jetzt, du gehst spielen. Aber ich will malen und ich will diese Tiere nachbasteln. Er, raus. Okay, das Kind musste raus. Es durfte nicht mehr, also das Kind hat in diesem Moment gelernt, es ist nicht, es braucht keine Bestätigung von anderen Kindern, um selbst kreativ zu sein. Dazu kommt, das Kind ist nicht mehr in diesem nur competitive, also so Wettkampf geilen Umfeld, weißt du, so unter Jungs und so weiter, es ist immer so ein bisschen das Wettkampf-Ding. Und für die Kreativität ist es halt auch gut, wenn man sich da manchmal vom Wettkampf ein bisschen lösen, empfehlen kann und Luft hat, um kreativer zu sein. Dieses Beispiel hat er gebracht und hat gesagt, durch diese Art und Weise sein Kind auf solche speziellen Momente wie den Zoo vorzubereiten, lernt es, alleine zu arbeiten, es wird kreativ und es ist nicht mehr von anderen abhängig. Wenn du jetzt dem Kind gesagt hättest, ja in zwei Tagen gehen wir in den Zoo, ja dann gehst du in den Zoo in zwei Tagen, aber das Kind musste gar nichts machen, um mehr Informationen zu bekommen über die Tiere, hat gar keine Faszination dafür entwickelt und nach dem Zoo Besuch, ja gut, die Tiere interessieren mich jetzt nicht mehr, ich meine, ich habe die gesehen, das andere Kind, das hat jetzt so eine Faszination dafür aufgebaut, dass wir das nicht mehr vergessen und diese Kreativität, die kann man dann immer wieder hervorrufen, allerdings wenn man das nie lernt, dann bekommt man sie auch nicht, also noch ein kurzes Ding zu den Kindern und was vielleicht hier ist gleichwertig für dich. Dankeschön. Ja, vielen Dank und ja, jetzt nochmal zurück zu meiner Frage, die letzte Frage auch, wenn du, wir sind ja bei Unpopular People, was würdest du anders machen, wenn überhaupt, wenn du popular wärst, also wenn du in der ganzen Welt bekannt wärst, ja du würdest die Straßen unterlaufen, die Leute würden dir nachlaufen, würden dich nach einem Ratschlag fragen oder du würdest in den großen Arenen der Welt Kämpfe machen, wie auch immer, was würdest du anders machen, wenn überhaupt, wie jetzt? Puh, also ich denke, eines der wichtigsten Dinge, wenn das der Fall wäre, für mich wäre es Leute um mich herum zu haben, die mich ja, weißt du, nee, ich glaube nicht, dass ich viel anders machen würde, ich muss immer meinen Werten bewusst sein und dadurch ist es für mich so, dass ich Leute um mich herum habe, die bodenständig sind und ich würde niemals wollen, dass ich irgendwie so, ja, keine Ahnung, nur noch den Erfolg sehe und solche Dinge oder abhebe oder das Gefühl habe, dass ich anders oder besser bin als andere, nur weil ich andere Ziele verfolge oder Träume habe oder vielleicht in einer gewissen Kategorie mehr Erfolg habe, ich glaube nicht, dass ich da viel ändern wollen würde, weil ich das Gefühl habe, dass ich eine Person bin, die schon noch so recht bodenständig ist und auch ja, das möchte ich bleiben, also genau. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir kommen dann jetzt auch zum Ende und ganz wichtig nochmal, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, sei es jetzt über euer Studio, dass man da vielleicht sich interessiert oder auch vielleicht von dir irgendwas erfahren möchte, gibt es irgendwelche Social Media Accounts, Websites, kannst du die vielleicht einmal nennen, wie man dich kontaktieren kann? Ja, das würde ich gerne, wenn man mich einfach kontaktieren will wegen Sport oder so, dann kann man gerne auf Saverio Basho auf Instagram gehen und das ist mein privater Account, also ich sage mal gerade, wie man das schreibt, Saverio, S-A-V-E-R-I-O, dann gleich dazu geschrieben, ohne Abstand, ohne Punkt, ohne irgendwas, Basho, B-A-S-C-I-O, wenn man mich darunter kontaktiert, dann gebe ich gerne Informationen weiter zum Kampfsport oder zum biomechanischen Training, auf Facebook erreicht man mich am besten auf Puh, ich gebe da mal noch was du für einen Link oder so, wo man vielleicht was dazu schreiben kann. Genau, wir schreiben das dann auch in die Shownotes dazu, also das ist kein Problem und vielleicht kannst du noch die, habt ihr eine Webseite, vielleicht kannst du noch die Webseite nennen? Ja, auf jeden Fall, die Webseite ist www.may-pulse-pulse.ch und da findet man alle Angebote, also es ist ein großes Fitnesscenter, es gibt Streetfight, es gibt Muay Thai, es gibt Biomechanik Coaching, es gibt Massagen, schaut euch um. Super, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, wir packen das natürlich alles in die Shownotes, was du uns eben auch nochmal am Ende gesagt hast, für die Leute, die das jetzt dann nicht so schnell mitschreiben konnten und genau, also vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für die inspirativen Worte, also ich bin immer wieder begeistert, ich bin froh, dass ich so viel Zeit in meiner Vergangenheit mit dir verbracht habe, auf unseren Reisen, die wir gemacht haben und ich freue mich auch auf viele zukünftige Dinge, in denen wir vielleicht zusammenarbeiten können, beziehungsweise wo wir uns nochmal über den Weg laufen werden, ich danke dir vielmals für deine Zeit, ja. Ja und auch von mir, die dich jetzt noch nicht ganz so lange kennt, aber auf jeden Fall einen ganz tollen Eindruck hat und auch für die Zuhörer denke ich ganz viele Weisheiten Tipps dabei waren, wie man einfach die Dinge angehen kann, wenn man denn möchte, wenn man dann diesen Ansporn hat und ja, auch meinerseits wir wünschen dir alles Gute, wie gesagt, eben schon mal gesagt, für deine Ziele, die du da alle vorhast, die zu erreichen und verabschieden uns an dieser Stelle bei Unpopular People, danke für deine Zeit. Genau, falls jetzt noch irgendwelche abschließenden Worte sind, ist jetzt dafür der Zeitpunkt und wir verabschieden uns von unserer Seite aus. Vielen Dank. Hey Ben und Elisa, ich danke euch vielmals, dass ihr mich da draufgepackt habt. Ich war mega überrascht, dass ich die Anfrage bekommen habe und ja, es war mir eine Ehre, auch wenn ich jetzt vielleicht mit meinem Hochdeutsch nicht so trumpfe, muss ich noch ein paar Schweizer Worte reinbringen für alle da, los ist und irgendwie mitbekommen haben, dass wir hier aus der deutschen und Schweizer Kraft ein Interview vereinigt haben. Vielen Dank für das Zulassen und ich hoffe, dass man sich einmal im Gym sieht. Wir sind herzlich willkommen, wer auch immer das dort auftaucht. Und auch wenn ihr seht, Elisa und Ben machen eine sehr geile Arbeit. Ich kenne Ben wie gesagt aus Australien, er wurde ein sehr guter Kumpel und er ist ein mega guter Musiker. Elisa ist jetzt inzwischen an Ben's Seite und ich glaube, die zwei ergänzen sich richtig gut als Team. Ich habe sie auch schon persönlich kennenlernen dürfen. Also so wie sie zwei hier im Interview gehören, die sind so cool getroffen. Also euch beiden auch mega viel Erfolg und danke, danke, tun wir sie mal. Vielen Dank dir. Bis bald, Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Sendung hat euch gefallen. Für mehr Infos zu Unpopular People, geht doch einfach mal auf unsere Website www.unpopularpeople.com Bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns darüber auch gerne eine Nachricht hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.